Hallo Leute, hier ist dein Dreamteam und herzlich willkommen zu unserem 5. Q&A und danke schön, dass ihr ein paar Fragen gestellt habt zu unserem Video und auf Instagram, wo wir die Umfrage gestartet haben und ich würde sagen, wir legen gleich los um die Fragen mit Instagram. Genau, so eine Frage war, achso, nein, stopp, heute ist der 1. April und wir werden die Fragen so formulieren, dass wir eigentlich das Gegenteil meinen. Das heißt, wenn wir mit Ja antworten, heißt es eigentlich Nein. Wenn wir sagen, wir wollen unbedingt das und das, heißt es, wir wollen es auf gar keinen Fall. Also es wird ein bisschen tricky und ihr müsst nachdenken. Genau. So, äh, Bäume oder Pflanzen? Ich weiß nicht, was das für eine Frage ist, aber Bäume oder Pflanzen? Was ist schön? Bäume. Pflanzen. Äh, was haltet ihr von Corona? Das ist super. Naja, ich kann es nicht mehr hören. Also du kannst es nur noch hören, meinst du? Das war jetzt egal. Genau, so sollte es nicht sein, aber gut. Dann die YouTube-Fragen. Welches Videoschneideprogramm benutzt ihr denn eigentlich? Also auf keinen Fall benutzen wir... Ivory. Genau. So, wo habt ihr euer Logo her? Also auf jeden Fall nicht von der Seite... RenderForrest.com Hashtag nicht unbezahlte Werbung. Unser Intro haben wir auch nicht von dieser Seite. Genau. Was ist eure Lieblingsattraktion im Trips-Drill? Also am meisten mag ich auf keinen Fall die Badewandsturzfahrt. Ich hasse Karacho aufs Übelste. Wie alt seid ihr? Ich bin auf jeden Fall nicht 28. Ich bin auf jeden Fall nicht 18. Und übrigens habe ich morgen auch nicht Geburtstag. Am 2. April. Und werde nicht 19. Ähm, was sind eure Lieblingstiere? Ähm, meine Löwe. Nicht. Bei mir auf jeden Fall keine Delfine und keine Elefanten. So, äh, was esst ihr am liebsten? Äh, nicht Spaghetti oder Hügel. Also ich hasse... Ich hasse... Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich hasse Salat. Ähm, 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 ähm. Was waren sind eure Lieblingsfächer in der Schule? Sportbio, äh, Sportbio und Chemie. Nicht. Nicht. Philipp, du musst mitdenken. Überragend. Also ich gehe ja nicht mehr in die Schule. Und deswegen ist mein Lieblingsfach auch nicht Musik und auch nicht Rallye. Und ich wollte auch nicht Rallyeerin werden. Ähm, ja, habt ihr Geschwister? Äh, ich habe ja. Ich habe keinen Bruder. Ähm, aber eine Schwester. Ähm, in wie vielen und welchen Freizeitparks wart ihr schon? In wenigen. In sehr wenigen. Ich glaube, es waren nur so 1, 2. Wir waren keine in Holland, wir waren keine in Deutschland, wir waren keine in Belgien. Also wir waren nicht in so 10. Also eigentlich sind wir fast nie in Freizeitparks. Ich musste gerade selber nachdenken. Ähm, so. In welchen Ländern und Städten wart ihr schon? Also ich war auf jeden Fall nicht in der Türkei, nicht in Deutschland, nicht in Belgien und nicht in Holland. Ich war nicht in Israel. Und nicht in der Schweiz. Ich war nicht in Israel, war dafür aber in China und war in Amerika. War aber nicht dafür in Griechenland, in der Türkei und in ähm, ich weiß wo du retten magst. Ich war jetzt nicht in Österreich, nicht in Italien, nicht in Spanien und so weiter. Und mein... Ach Städten, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt nicht alle Städte... Also ich war... Ich war... Ich war... Ähm... Nein, nicht wir tun jetzt alle Städte auf. Zählen wir was. Ja, ich war nicht in Berlin zum Beispiel. Welches Land möchtet ihr auf jeden Fall gerne einmal in eurem Leben bereist haben? Auf jeden Fall nicht Russland und nicht Amerika, oder? Ja, absolut. Beide, oder? Ja. Wie lange seid ihr schon auf YouTube aktiv? Also ich glaube ja... Dass wir nicht im August angefangen haben. Oder? Ja. Okay. Äh, wie kam... 2000er. Ja, doch. Ja. Nicht 2000er. Wie kamt ihr dazu zu vloggen? Wir hatten einfach, äh, keinen Bock mit euch unser Leben zu trainen. Genau. Äh, was sind eure Lieblingsfarben? Also ich hasse auf übelste rot, blau und lila. Bei mir, ich hasse auf übelste blau einfach. Äh, welche Musikrichtung mögt ihr am liebsten? Ich bin zum Kotzen. Das ist zum Beispiel Rock und ähm, Pop. Ja. Ich hasse Pop und Hip-Hop. Und Rap. Sieh ich mal. Geht gar nicht. Aber eigentlich hasse ich alles. Ähm, was ist euer Lieblingslied? Lied. Film. Musical. Also Lied. Also ich hasse auf übelste, ich kann es nicht mehr hören. I can see the fire in your eyes. Was? 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 Und du? Ich mag äh, nicht ähm, so. Ähm, wie heißt das Lied? Ich erfällt grad nicht. Blinding lights oder so. Ja. Blinding lights oder so. So geht das nicht. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ähm. Film. König der Löwen mag ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Äh, Musical. König der Löwen mag ich auch nicht. Ich auch nicht. Das war so schlecht. Äh. Welcher ist euer Lieblingsfreizeitpark? Also meine auf keinen Fall Europapark und Tripsdale. Der Europapark ist der schlechteste Park dieser Welt. Und es gibt. Mein Gott. Nachher sieht das so jemand und denkt sich. Ähm. Wie lange seid ihr schon zusammen? Ne? Also. Nicht lange. Wir sind auf jeden Fall fünf Jahre zusammen. Und. Nichts sind für zwei Jahre. Und ein paar Monate zusammen. Wie viele Monate? Nicht? Zwei. Drei. Ich verrechte dich. Ähm. Reist ihr lieber mit Auto, Zug, Bus oder Flugzeug? Ich hasse Flugzeug und hasse Auto. Ich liebe Reisenbus. Über alles. Da würde ich mich gerne freiwillig reinsetzen. Genau. Und Zug ist auch total mein Ding. Genau. Äh. Ja. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar. Werdet oder wurdet ihr manchmal in der Öffentlichkeit angesprochen wegen eurem YouTube-Kanal? Also bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Also doch. Äh. Naja. Auf jeden Fall doch. Doch. Wir wurden schon sehr oft angesprochen. Also ich wurde nicht angesprochen. Ja. Oh. Ich wurde nicht angesprochen. VIP. Nicht VIP. Naja. So. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zur Realität. Also auf jeden Fall. Ich hab wirklich morgen Geburtstag. Wenn ihr das Video seht. Also im 2. April hab ich Geburtstag. Ja. Aber das war wirklich. In echt. In echt. Viel Spaß euch beim überlegen was richtig was falsch ist. Genau. Und. Ja. Ich würde sagen. In dem Fall. Das war's leider schon mit diesem Video. Das war's. Wenn ihr Fragen und Lust habt Fragen zu stellen. Aber. Unter diesem Video. Auf Instagram starten wir irgendwann mal eine Umfrage. Könnt ihr auch gerne auch Fragen stellen. Bitte hier unten reingucken mal. Und da steht unser Instagram-Account. Könnt ihr auch gerne dort hingehen und uns folgen. Das unterstrich Dreamtree unterstrich. Da sind wir auf jeden Fall zu finden. Genau. Ich und sie. Oder sie und ich. Ich und sie. Sie und ich. Genau. Könnt ihr uns gerne auch auf Facebook folgen. Und wenn ihr Lust habt könnt ihr uns auch einen Daumen nach oben oder nach unten lassen. Ist auch egal. Diesen Kanal hier natürlich abonnieren. Und. Die Glocke aktivieren. Nicht zu verpassen. Ding ding ding. Und. Am Samstag wird es auf jeden Fall einen Vlog geben. Das kann ich euch schon mal verraten. Genau. Nichts. Abonnieren. Nichts verpassen. Jetzt wollte ich schon wieder diese. Nichts. Nichts verpassen. Nichts verpassen. Glocke aktivieren. In dem Sinne sagen wir euch bei Tschüss. Dankeschön. Für dieses kurze Video. Und für die Zuschauer. In dem Fall. Liebe Grüße eure Vanessa. Und ich der Philipp. Lass den Daumen nach oben. Hab ich schon gesagt. Achso. Ich hab gar nicht mitgemacht. Alles gut. Nein wir machen es nochmal. Nein. Okay dann nicht. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.